Ich mache ein duales Studium zur Wirtschaftsingenieurin bei DREGA. Das läuft so ab, dass man quasi drei Monate bei DREGA arbeitet in verschiedenen Abteilungen und sich das ganze Unternehmen richtig auch von innen heraus angucken kann. Und dann ist man wieder zehn Wochen an der Nordakademie, das ist unsere Partner-Uni, und studiert dort und lernt alle theoretischen Sachen. Diese Firma ist eine ganz besondere durch ihre Produkte. Wir unterstützen, schützen und retten Leben mit unseren Produkten und es macht mir Spaß, einen Teil diesen Prozesses zu sein. Die Produkte stehen für mich im Vordergrund, ich kann mich mit ihnen identifizieren und deswegen macht es mir auch Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und mein Bestes für die Firma zu geben.